Wie kann man die Betriebskosten reduzieren und den Return on Invest maximieren? Und visuelle Inspektion mit der Industrie bewährten Ersa Scope Produktpalette. Wellenlöten mit maximalem Durchsatz bei voller Flexibilität. Das macht die PowerFlow S möglich. Hier hat der Kunde die Wahl zwischen zwei, drei oder vier verschiedenen Wellenformen in einer Maschine. Auch beim Thema Nachhaltigkeit kann die PowerFlow S punkten. Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Entwicklung dieser Anlage war die Energiebilanz für den Kunden. Hier fangen wir im Flux an, hier haben wir einen Matrixfluxer. Das heißt, ich kann punktuell Flussmittel auftragen und spare somit Flussmittel von vorne. Und auch die Verschmutzung der Maschine wird so auf das Minimum reduziert. Im Vorhaltsbereich legen wir große Werte auf niedrigen Energieverbrauch und hohe Energieübertragung auf die Leiterkarte. Ein Highlight der Maschine ist wirklich, dass wir mit zwei Lötbädern unabhängig voneinander fahren können. Wir haben hier zwei Vollwellen im Einsatz. Die Verschmutzung ist ausgeschlossen der zwei Legierungen. Somit hat der Kunde den Vorteil, er kann zwei Legierungen und auch zwei unterschiedliche Temperaturen fahren. Und bietet ihm so eine sehr große Flexibilität für die Zukunft. Das Kurz-ERSA-Handlingssystem bietet jede Menge Komponenten. Ein Transportsystem, Hub-Senkstationen, Drehstationen, Arbeitsplätze und natürlich Roboterintegration. Hier kann der gesamte Prozess automatisiert werden. Der Riesenvorteil für den Anwender ist, dass wir hier dem Anwender eine Komplettlösung anbieten. Wir agieren hier als Generalunternehmer und haben eine schlüsselfertig flexible Lösung für den Kunden. In dem Fall hier haben wir den RoboPlace im Einsatz. Mit dem RoboPlace spart der Kunde letztendlich den Handbestückerplatz ein und somit eine große Kostenreduzierung im Unternehmen. Seit über 15 Jahren bietet ERSA die Möglichkeit, verdeckte Lötverbindungen zerstörungsfrei zu inspizieren. Die bewährte Technik wurde nun weiterentwickelt zum ERSA Scope 2. Ein High-End-Inspektionssystem mit drei Schnellwechselköpfen. Durch sieben Bewegungsachsen ist es außerdem möglich, jeden nur denkbaren Kamerablickwinkel einzustellen. Das schafft optimale Inspektionsergebnisse. Durch die sieben Bewegungsachsen hat der Bediener die Möglichkeit, mit dem ERSA Scope immer den richtigen Blickwinkel zu finden. Dadurch hat er die Möglichkeit, auch auf dicht bestückten Leiterplatten verdeckte Lötstellen zu inspizieren. Durch die 1,3 Megapixel Farbkamera können alle Fehlerquellen präzise erkannt, aufgezeichnet und dokumentiert werden. Anschließend lässt sich das Ergebnis in einer Datenbank archivieren und per USB auf andere Geräte übertragen. Es war eine richtig gute Messe. Wir hatten sehr viele Besucher und das Schöne, die Besucher waren vorbereitet. Die hatten klare Aufgabenstellungen, die wir lösen können, wo wir die richtigen Maschinen, die richtigen Tools und Reworksysteme haben. Discover Smart Technology, das war wirklich in diesem Jahr das richtige Thema.